Hallo, ich bin Philipp Geigy immer wieder, leider immer noch Gampen und spiele heute mal Borderlands und ja, ich bin auch diesmal nicht alleine, ich habe hier noch einen Freund, der User, machst du das gerade? Was? Machst du das? Ja. Der User hier, der User 3371 und ja, wir wollen heute, es wird eine Ankündigung, wir werden demnächst bald Borderlands zocken. Also, let's play. Ja, Borderlands let's play wollen wir machen und ja, dann hätte ich gesagt, ja. Ja, ich wollte noch was dazu sagen, aber für dich ist das Spiel ja teilweise blind. Ja. Wirklich? Ja. Und ich kenne es halt schon. Ja, der User 3371, der ist schon sozusagen ein richtiger Suchtie. Na, Suchtie kann man auch nicht sagen. Na, 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 na. Ja, na, 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 Na toll, reichlich spät, he? Ahaha! Mano! Und ja... Gut, das war jetzt erstmal die Ankündigung und ja, entweder nehmen wir danach jetzt hier noch das Let's Play auf oder machen das so ein paar Tage später, ich weiß noch nicht, wie ich hätte Lust gehabt. Dann verabschiede ich mich jetzt hiermit. Und ja, hast du noch ein paar letzte Worte? Nee, ich hab's eigentlich nur, tschüss und danke. Ja, dann macht's gut Jungs und Mädels.